um und zwar mutter das heißt willkommen zu einem neuen Video von mir ja jetzt wird das nimm ich mach das jetzt öfters ich mach das mit Festgeheim und kommentiere mein Video also da spiel ich jetzt die Terroristenjagd was ich jetzt machen werde es sind genau 10 Terroristenjagd die ich verkacken werde und im nächsten Video dann neu spielen werde oder ein Video nochmal neu spielen werde und ich kommentiere es also da versuche ich durch die Wand zu schießen weil ich versuche natürlich direkt durch zu pushen weil sonst wird es für euch natürlich langweilig und das will ich ja nicht und ich versuche es immer wieder dann bin ich auf die normale Waffe gegangen ich will mit euch die ganze Terroristenjagd mit Pistole spielen außer bei der Sniper der Sniper ist eigentlich immer sehr cool und ja das Video geht nicht allzu lange weil ich bin durchgepusht ich hoffe es gefällt euch wenn es euch gefällt dann könnt ihr ruhig einen Daumen hoch geben da habe ich den nächsten es sind so noch so ein paar 5 übrig nur von 10 oder so ich glaube das waren 10 Operator da hat der eine Blendkanade geworfen da hole ich mir den aber auch jetzt kommt was doofes von mir also ich lade nach und jetzt drücke ich den falschen Knopf typisch das nicht so hat mich geblendet klar scheiße natürlich so nochmal falschen Knopf gedrückt ja scheiße weggedreht nicht geblendet habe ich überlegt soll ich ihn pushen oder nicht ich push ihn und jetzt hole ich mir den sogar ja nach so ein paar Verzögerungen voll verendet habe ich Fahrrad eben schon wieder falschen Knopf gedrückt irgendwie passiert das die ganze Zeit und jetzt laufen sie wie so Enten direkt vor ein zack wenn man Brot hat und da habe ich auch geschafft dann sage ich mal tschau tschau bis bald bis